Wir sind für euch zu MaxBeck gegangen und waren relativ erstaunt, dass wir hier neue Strömungspumpen gesehen haben. MaxBeck kennt man ja aus der Lichtbranche und ich begrüße den Herr Stamm. Hallo, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Wir fangen jetzt mal nicht mit den Lichtern an, sondern mit den Strömungspumpen. Das fand ich interessant und für die Zuschauer bestimmt auch interessant. Haben Sie da ein paar Daten? Ja, es ist eine neue Art von Strömungspumpen, wie man vielleicht sehen kann. Wir können dadurch eine komplette Strömung im Aquarium erreichen, haben keinen so tollen Ecken, wie das so bekannt ist. Und wie Sie es vielleicht auf den Bildern sehen, sieht man ja schön, wie die Strömung durch das komplette Becken geht. Und diese Strömungspumpe ist dann auch regelbar wie übliche Strömungspumpe. Das heißt, man kann dann auch die Stärke und so weiter, Pulsmodus und so weiter einstellen. Die Pumpe ist auch in verschiedene Richtungen einsetzbar. Man kann sie sowohl vertikal als auch horizontal. Je nach Riff oder je nach Aquarium, okay, hinten im Aquarium, damit man eine andere Strömung hat. Die Strömung wirkt dann ein bisschen anders. Aber man sieht immer wieder, dass das komplette Becken mit nur einer Pumpe durchströmt wird. Natürlich, je nach wie der Riffaufbau ist oder wie das Aquarium ist, wird vielleicht auch eine Pumpe nicht reichen, muss man dann auch vielleicht zwei haben. Ja, klar. Wir werden auch oft gefragt, wie viele Liter müssen wir pumpen? Aber je nach Riffaufbau ist es halt sehr individuell und kann man auch nicht so pauschal sagen. Es kann Anhaltspunkte geben, aber im Endeffekt muss man es halt doch individuell betrachten. Genau. Die Pumpe ist jetzt auch noch, sagen wir mal, im Prototyp-Bereich, aber ist jetzt schon fast soweit fertig. Das heißt, wir hoffen auch, dass wir die Pumpen ab Oktober, November dann auch den Leuten anbieten können. Und in welchen Variationen soll es geben? Also wie viele Varianten überladen Sie? Am Anfang wird es erstmal nur zwei Varianten geben. Einmal mit nur einer Seite für kleinere Becken und dann auch doppelseitig für größere Becken. Und später wird es natürlich auch viel größere geben für dann Riesenbecken, auch für Publik-Aquarien zum Beispiel. Aber erstmal denken wir an den Aquaristik der normalen Autoverbraucher. Ok, vielen, vielen Dank für den Einblick über die Pumpe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Lampen. Ok. Danke. Jetzt sind wir hier auch beim neuen Produkt. Ja, das ist schon erhältlich bzw. er wird erhältlich sein. Ok. Haben wir gerade neu reinbekommen. Das ist die neue Max-Beck Celestial. Ist eine Spot-Leuchter, wie man so sieht. Ja. Ich zeig's jetzt mal so. Die für ein Nano-Becken geeignet ist oder eventuell größere Becken, wo man noch ein bisschen mit Licht kompensieren will. Dieser Leuchter ist auch komplett einstellbar, sodass ich auch meinen Tagesablauf komplett programmieren kann. Die hat vier Kanäle, die man dann so programmiert wie die Razor, wie ja auch manche schon kennen oder die sogar auch über dem Becken haben. Wo man dann seine Zeitpunkte einstellt, um beim Nano-Becken zum Beispiel den kompletten Tagesablauf hat. Dieser Leuchter hat zur Zeit 30 Watt, die gibt es dann in 30 Watt-Versionen und später wird es die auch in 70 Watt-Versionen geben für Becken, die ein bisschen größer sind. Die ist auch komplett regelbar. Ja, stellen Sie mal gerade. Ja, natürlich. In verschiedene Richtungen. Das mache jetzt ein bisschen Unsinn, aber kann man einstellen. Aber so sieht das gut. Ja, ja. Das ist schön. Das ist schön. Man kann auch schön Highlights mal setzen, wenn man mal vielleicht auch ein separates Griff nochmal hat. Genau. Oder spezielle Chorale oder so. Genau. Dann haben wir die gleiche Version auch nochmal, aber nur mit blauem UV-Spektrum. Für Leute, die eventuell noch ein bisschen mit blauem UV kommentieren wollen. Oder Leute, die HQI-Leuchte über dem Becken haben und wollen vielleicht mal die Röhre ein bisschen ersetzen durch LED. Wir haben mal diese Version rausgebracht. Dann wird es auch noch eine Version geben, die dann speziell für Sümpfe bzw. für Refugien zum Beispiel mit einem speziellen Spektrum für Refugien hat. Das ist auch eine gute Sache. Ja. Finde ich gut. Ja, super. Dann ziehen wir weiter zur nächsten. So, jetzt sind wir an einer sehr schicken, stylischen Lampe. Wie nennt die sich? Das ist eine innovative Lampe, die wird sich Ethereol nennen. Ist etwas Neues. Ist eine Lampe, die 120 Watt macht, die ein bisschen innovativ und schick aussieht. Gibt es ja auch in verschiedenen Farben wird es die geben. Ist aber eine Leuchte, die ist erst geplant für ca. Anfang nächstes Jahres bzw. Frühling nächstes Jahres. Hier haben wir eine 120 Watt Version. Später wird es auch eine 180 Watt Version geben. Das spezielle an dieser Leuchte ist, dass die die Luft sowohl von unten als auch von oben ansaugt und strömt dann die Luft durch die LEDs, um die abzukühlen von den Seiten raus. Der Bereich hier wird dann auch leuchtbar sein bzw. wird auch ein Licht rauskommen, wo man dann auch ein bisschen an sein Becken anpassen kann oder an das Möbel anpassen kann. Ansonst die richtige Eigenschaft oder Innovation an dieser Leuchte ist, dass die dann komplett auch steuerbar sein wird über Computer, über Handy ab oder über Tablett ab. Ja, man sieht schon die Antenne rauslücken. Reales LAN Antenne, ja. Ja. Und da kann man dann komplette Tagesabläufe sowohl als auch Wetterprogramme und so weiter dann komplett programmieren. Sehr schön. Und diese Leuchte ist sowohl für größere Aquarium geeignet, kann man aber dann auch später über Nano Aquarium bzw. ein bisschen größere Aquarium. Das ist, glaube ich, dann da hinten die Variante, ne? Zum Beispiel so wie dahinter, ja genau. Und da sieht man ja auch, dass sie silber ist. Genau. Sehr schön. Macht einen sehr schicken Eindruck und auch einen guten Eindruck. Wir sind gespannt, wenn sie endlich bei den Leuten mit dem Becken hängen. Da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Okay. Dann danke ich vielmals. Gerne. Dass Sie für uns Zeit hatten und uns einen Einblick gegeben haben, was Neues bei Max Beck zu erwarten ist. Wie Sie ja gesehen haben, haben wir einiges vor in der nächsten Zeit. Okay. Dann noch einen schönen Messetag. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.